Wir haben sehr schöne und gute Produkte da. Unsere drei Feriengebiete, Oberfranken, die Genussregion Oberfranken, sind hier im wahrsten Sinne des Wortes in aller Munde. Und die können das probieren. Also der Zuspruch ist bisher hervorragend und jetzt sind wir erst am Anfang. Also wir haben noch zehn Tage vor uns. Das heißt, ihr habt aber genug mit im Gepäck, also es wird auch am letzten Messetag keiner Hunger leiden müssen. Genau so ist es. Wir haben mehrere Produzenten mit dabei, die jetzt im Laufe der Woche hier raufkommen. Jeder bringt was mit, jeder hat was dabei zum Versuchen. Wer will, natürlich auch gleich zum Kaufen. Und es wird keiner Hunger leiden.